So, was ihr hier jetzt seht, ist so eine Art Modell von der Bühne, wo wir unsere Licht besprechen. Was hier aus Projektoren kommt oder Filmeinspielungen und so weiter, üben wir hier am Modell. Wir haben den ganzen Tag geübt mit dem Orchester und jetzt machen wir Lichtbesprechung, weil es sind nur noch sieben Tage bis zum Heimspiel. 25.07. in Stuttgart auf dem Kanzler-Warsen, ihr wisst, Heimspiel, 20 Jahre Bühnenjubiläum der Falle-Aß, mit einem riesen Orchester und 50.000 Zuschauern und ihr müsst dabei sein, gell? Ja! Bis dahin, 25.07. Halbspiel, noch sieben Tage. Tschüss!